Wir haben heute doch eine kognitive Distanz zu dieser Zeit der Extreme gewonnen. Und diese Distanz sollten Sie nicht so einfach im Casino des Denkens aufs Spiel setzen. Mir geht es hier nicht in erster Linie um eine ideologische Linie, wie Sie mir und dieser Frau, die wiederum mir meinen Text eingesagt hat, immer unterstellen, sondern um die Menschen und ihr Verhalten, schon weil die meisten Leute widersprüchlich handeln und weil sich ihre Einstellung mit den Jahren situationsbedingt ändern. Also die Leute sollen ihre Einstellung ruhig ändern, von mir aus. Aber ich als Berichterstatter habe diese Einstellung, wenn auch verspätet, denn ich kann ja nicht schon vorher von etwas berichten, nicht wahr? Ich habe die Einstellung also für Sie bereits kalibriert, nach dem Willen einer Frau, der aber zum Glück nicht zählt. Und Sie können sie übernehmen, diese Einstellung, so wie ich sie Ihnen gebe, von mir aus. Meinen Charakter können Sie auch noch haben, denn mein Charakter ist dauerhafter als meine Meinung, die ich ohne dies nicht in den Bericht einfließen lassen darf. Sie unterstellen mir deutschen Hass? Im Ernst? Deutschen Hass? Aber ich kann es Ihnen nun endlich sagen, egal was ich vorher gesagt habe. Ich bin stolz darauf, Deutscher zu sein. Wir Deutschen sollten endlich wieder Mut zu einem starken Nationalgefühl haben. Wir sollten es ordentlich tuschen lassen, auch wenn wir gar keine Deutschen sind. Das sage ich hier und jetzt, nicht nur, weil man es mir aufgetragen hat, sondern weil dieser Mut eine Zeit verloren gegangen sein werden wird. Und die Opfer, die Toten, die Hinterbliebenen der Toten, ja, die auch, die Opfer, sage ich, die Opfer also mehr als alle anderen Menschen mit üblen Tricks arbeiten werden, um das zu erreichen, was sie wollen. Die Opfer wollen ja immer was, auch dann, wenn sie längst keine mehr sind und keine mehr gebracht werden. Wir wissen jedoch, dass gerade in extremen Lagen einzelne Personen eine riesige Rolle spielen können. Jeder Einzelne und seine Rolle zählt. Die Deutschen kennen keine Angst vor sich. Das ist ihre Größe. Sie sind Menschen mit einem inneren Kompass, und dem sind sie immer gefolgt, die Deutschen. Auch wenn das riskant war. Sie sind ihrer inneren Kompassnadel gefolgt. Wer bin ich, sie zu richten? Ich kann ja nicht ändern, wo Norden ist. Sie nähern sich den anderen, die Deutschen, aber sie quälen sie nicht mehr. Sie haben aus der Geschichte gelernt. Sie haben gern gelernt. Denn sie wollten sich glücklich fühlen. Wer will das nicht? Wenn wir das gewusst hätten, was wir heute wissen, wir hätten es nicht geglaubt. Wir mussten es qualvoll lernen. Wir hätten nicht geglaubt, dass man uns typische Nachgeborenenfragen stellen würde. Aber wir haben jetzt schon vor, uns gegen die moralische Überheblichkeit der Nachwelt zu wenden. Jetzt wenden wir uns. Jetzt haben wir uns gewendet. Jetzt wenden wir uns ihnen zu. Und dann sprechen wir zu ihnen. Ohne Zuwendung allerdings. Die können sie nicht auch noch von uns verlangen. Was soll man denn im Nachhinein abwenden können? Sie verlangen also Zuwendung von uns. Sie verlangen, dass wir sagen, so und so war es. Aber wenn das, was wahr heute wäre, würden wir von uns sagen können, wir hätten, wir würden ganz bestimmt verfolgte Menschen oder ähnliches Gesindel verstecken. Und das tun wir auch. Wir würden es tun. Wir werden gewusst haben, wie sich Eltern und Großeltern verhalten hätten sollen. Wir sind heute endlich zu einem eigenen Urteil fähig. Und müssen endlich, endlich als Boten nicht mehr nachplappern, was man uns vorsagt, was man uns anschafft. Wir müssen uns nicht mehr verstecken. Die Rolle des Richters steht uns nicht zu. Und Ihnen auch nicht. Also, was wollte ich sagen? Was soll ich Ihnen als Bote von den Deutschen jetzt ausrichten? Die Deutschen lassen ausrichten, dass sie heute nicht mehr kommen können, weil sie sich gerade auf dem höchsten Gipfel befinden und von dort nicht so schnell wieder runter wollen. Sie müssen die Aussicht ins Tal, wo die anderen sind, genießen. Und erst dann wollen sie wieder von ihrem alten Dünkel runter. Denn sie alle dünken sich zu wissen, was dem Menschen gut und böse sei. Und daher ist immer seine Stunde. Der Deutschen Stunde. Der Deutschen Sendung ist und geschieht immer und wird immer ausgestrahlt. Sie müssen nur aufdrehen. Schon hören Sie eine deutsche Sendung. Der Deutsche sendet. Der Österreicher wird vom Deutschen gern nachgesendet. Sie müssen nur die Nachsendeadresse angeben.